Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute auf alle News rund um den Detlein der Eingang auf Up Neuzugänge und ich werde dann ein kurzes Fazit dazu ziehen. Und ich würde sagen, bevor ich damit beginne, noch einmal ganz kurz der Hinweis, abonniere ich ganz gerne den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha zu verpassen. Hier wird es berichtet zu allen Spielen, zu allen, ja sonstigen Ereignissen rund um Hertha BSC. Das heißt, abonniere gerne den Kanal und ich würde sagen, starten wir rein an das heutige Video. Fangen wir an. Das Transferfenster für Hertha BSC ist vorbei. Hertha BSC hat verkündet, dass der Deadline Day für sie abgeschlossen sei. Und mit dem Zitat hat Freddy Bobic gesagt, mit der Verpflichtung von Kieran Insona haben wir unsere Aktivitäten in der diesjährigen Wintertransferperiode abgeschlossen. Unsere vier Neuzugänge heißen wir noch einmal ganz herzlich willkommen und wünschen den Jungs, die uns verlassen, viel Erfolg. Grundsätzlich kann man sagen, heute wurde der letzte Transfer gekündigt, der letzte Zugang und zwar Kieran Insona. Kieran Insona ist ein 19-jähriger Flügelspieler, der vom Estique Point aus der Ligue 2 wechselt. Er hat uns 500.000 Euro gekostet und kann sowohl links als auch rechts außen spielen. Grundsätzlich kann man sagen, dass das wirklich ein guter Transfer ist. Denn man muss sagen, Kieran Insona ist ein junger Spieler, der sehr großes Entwicklungspotenzial besetzt. Und vor allem mit seinem 1,85 Meter groß gewachsen ist und neben seiner Technik, also er hat eine sehr gute Technik, enorme Schnelligkeit mitbringt. Und genau das die wichtigen Attribute sind, die ein Flügelspieler braucht, um in der Bundesliga zu bestehen. Für 500.000 Euro haben wir einen Transfer getätigt, der sehr wenig, der wirklich wenig finanzielles Risiko birgt. Und zusätzlich muss man eben auch sagen, dass Kieran Insona ein Top-Talent ist, der es bereits schon mehrmals bewiesen hat, dass er wirklich stark ist. Auch der SC Freiburg war in ihm interessiert, aber wir konnten den Freiburg in dem Duell ausstechen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass wir in dieser Transferphase uns auf vor allem billige Spieler fokussiert haben. Wir haben in dieser Transferphase nicht mehr als 2,5 Millionen Euro ausgegeben und das zeigen die Transfers. Ich würde mal sagen, wir gehen einmal ganz kurz nochmal alle Neuzugänge durch, damit wir die kurz bewerten können. Und danach blicken wir, wie sich das Transferfenster, wie sich der Kader denn so in der Rückrunde entwickeln könnte. Wir haben sagen, wir haben vier Spieler verpflichtet. Zum einen haben wir Frederik-André Björk, ein ablöses Teil verpflichtet. Er ist vom FK Bodo Glimt gewechselt, ist ein linker Verteidiger und hat bereits beim Spiel gegen die Bayern gezeigt, was er für tolle Ansätze hat. Er ist eben wirklich talentiert und hat bei Bodo Glimt sehr viel das Spiel getragen. Er ist ein linker Außenverteidiger, der sehr viele Vorlagen gibt, der flankt, der sehr viele offensive Vorstöße wagt und zusätzlich eine gute defensive Stabilität bewahren kann. Und ich finde, er und Mitte steht auf der linken Außenverteidigerposition bieten wirklich sehr viel Potenzial. Gehen wir weiter mit dem nächsten Transfer, die wir getätigt haben. Kieran & Sona habe ich bereits thematisiert, finde ich ein klasse Transfer. Und dann haben wir noch zwei weitere Transfers getätigt. Zum einen Don Jong-Li. Don Jong-Li ist ein rechter Außenspieler, der vom Hulsan Hun-Jai gewechselt ist, aus der ersten koreanischen Liga. Er hat uns 800.000 Euro gekostet und ist ein rechter Außenspieler. Das heißt, der nächste Außenspieler ist zu uns gewechselt. Er ist Südkoreaner und rund irgendwas muss man sagen, mit seiner Schnelligkeit, mit vor allem seiner starken Technik, mit seinem guten Abschluss, hat er wirklich in der K1-League wirklich einer der besten Spieler. Muss man halt einfach mal so sagen. Er schießt dort sehr viele Tore, gibt sehr viele Vorlagen und der Wechsel in eine größere Liga war folgerichtet. Er ist 24 Jahre alt, bietet also auch noch Potenzial für die Zukunft an. Und nur mal zum Vergleich, in der K1-League hat er als Außenspieler 14 Tore erzielt, 6 Vorlagen gemacht und wurde immer vom Trainer gelobt. Grundlich kann man sagen, dass er seinen Vertrag bis 2025 unterschreiben hat und dass ich wirklich froh bin, dass wir jetzt hier den nächsten Außenspieler verpflichten konnten. Also ich finde das vor allem auch wieder geringes finanzielles Risiko, aber trotzdem schon eine fast schon Soforthilfe, sobald er in den Verein eingelebt ist, finde ich sehr gut. Und der wird auf jeden Fall unsere Flügelposition komplementieren. Und zum Schluss haben wir noch Marc Oliver Kemp verpflichtet vom VfB Stuttgart. Der 27-Jährige hat uns auch 500.000 Euro gekostet und das muss ich sagen, ist ein wirklich sehr guter Transfer. Den kann man nur loben, denn er ist sehr billig. Wir haben ihn für 500.000 Euro verpflichtet. Grundlich muss man sagen, er ist ein linker Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß. Und man muss eben sagen, dass seine Spiele bei VfB Stuttgart wirklich stark waren. Er hat ein sehr gutes Stellungsspiel, überzeugt mit einem sehr guten Kopfballspiel, hält die Kette, hält wirklich die Defensive hinten dicht. War lange Zeit auch mal schon mal Vizekapitän bzw. Kapitän, als er gespielt hat. Gibt auch eine gewisse Führungsqualität mit und genau so einen Spieler brauchen wir. Zusätzlich wieder erneut geringes finanzielles Risiko und für die Zukunft sind wir auf jeden Fall mit ihm auch in der linken Innenverteidiger Position gut bedient. Ja, dann haben wir auch einige Abgänge zu verzeichnen und ich muss leider sagen, da bin ich teilweise nicht so zufrieden mit. Wir haben Christoph Piontek verkauft. Christoph Piontek, muss man eben sagen, zündet bei uns nicht. Ich finde, die Laie ist auch folgerichtig. Christoph Piontek ist ein Spieler, der Bälle braucht und wir können ihm diese Bälle halt einfach nicht geben, da eben, ja, er ein Knipser ist und unsere Außenverteidiger nicht in der Lage sind, Bälle dauerhaft zu ihm zu bringen. Zusätzlich muss man eben auch sagen, dass die Bundesliga nicht zu seinem Spielstil passt. Die Verteidiger sind groß, physisch stark und da passt Piontek nicht rein und ihn haben wir jetzt verliehen. Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben Jean Trunariga verliehen. Jean Trunariga ist unser linker Innenverteidiger gewesen. Eine Identifikationsfigur mit dem Verein haben wir, ja, verliehen. Dann haben wir auch noch die Weise Cefolk verliehen, die dritte Laie bereits. Grundsätzlich muss man hier auch sagen, er ist verliehen worden nach Blackburn und damit bleibt unsere Rechtsverteidigerposition auch offen, obwohl wir einen Abgang dort getätigt haben. Und das sind die Abgänge dieser Saison. Natürlich kann man auch noch Dennis Jastremski erwähnen, aber das ist erstmal nicht wichtig. Wie sehe ich die Transferphase? Leider bin ich nicht ganz überzeugt. Ich muss leider sagen, ich muss hier wieder Bobic kritisieren. Ich bin nicht zufrieden. Unsere Rechtsverteidigerposition ist mit Lukas Klünter und Peter Pekarek absolut unterbesetzt und das ist nicht erst seit dem Bayern-Spiel bekannt. Peter Pekarek ist bereits 35 Jahre alt. Er ist nicht mehr in der Lage, jedes einzelne Spiel zu bestreiten. Das kann er nicht mehr, das schafft er nicht mehr. Lukas Klünter hat seit einer halben Saison nicht mehr gespielt, kommt überhaupt nicht mehr in Fahrt rein, ist defensiv instabil. Es macht Fehler über Fehler über Fehler. Wir brauchen eigentlich einen neuen Rechtsverteidiger und ich finde es unverständlich, dass wir keinen versucht haben zu verpflichten. Natürlich weiß ich nicht ganz, wie sich der Markt entwickelt hat. Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass man nicht Deovaisu Zewig abgibt, der gerade eine schlechte Phase erwischt hat, anstatt dann hier mit nur zwei Rechtsverteidigern reinzugehen, die beide absolut verletzungsanfällig sind. Das kommt ja auch noch dazu. Dann muss ich leider die nächste Position kritisieren, die Stürmerposition. Wir gehen jetzt wirklich mit drei Stürmern in die Saison für eine Doppelsturm-Taktik. Stefan Jovetic, Isaac Belfodier und Davy Zegel, das sind unsere Stürmer. Und das muss ich leider auch kritisieren, denn Stefan Jovetic ist enorm verletzungsanfällig. Das wissen wir aber nicht erst seit der Verpflichtung in die Saison, sondern das kennen wir auch schon aus Monaco-Zeiten, dass er eben dort lange Zeit wegen Verletzungen empfiehlt hat. Dann Isaac Belfodier ist bereits 30 Jahre alt und die ganze Hoffnung lastet auf ihn, dass er sich nicht verletzt. Er ist wirklich Stammspieler bei uns, obwohl er am Anfang der Saison gar nicht als ein Stammspieler verpflichtet worden ist. Und Davy Zegel bringt die Saison absolut kaum konstant gute Leistungen. Er schafft mal vielleicht einen Glücksschuss gegen Meppen oder gegen Arminia Bielefeldt. Aber ansonsten ist er offensiv absolut unauffällig. Und grundlegend muss ich eben sagen, haben wir uns punktuell verschlechtert. Christoph Piontek wird uns im Sturm fehlen. Genauso wie natürlich Deo Weißel Zegel auf der Rechtsverteideposition. Und dass wir dort keinen Ersatz verpflichtet haben, könnte uns ja wirklich noch böse zu Ohren kommen. Wir sehen doch bereits, was in der Offensive los ist, wenn Stefan Jovetic fehlt. Und das ist wirklich dramatisch, sollten wir das durchziehen. Und ich bin wirklich enttäuscht davon, dass wir dort keinen weiteren Spieler mehr verpflichtet haben. Nichtsdestotrotz, nicht alles ist schlecht. Die langjährige Position, die flüge Position haben wir endlich mal gefüllt. Und das ist wichtig. Ja, aber trotzdem, wenn man mal die Kader von dem letzten Winter und diesem Winter vergleicht, sehen wir hier enorme Qualitätsdifferenzen, die halt eben dann auch mal wirklich über Punkte entscheiden können. Und ich verstehe ja den Ansatz, den Freddy Bobic verfolgt, billige Spieler zu verpflichten, auf eher Potenzial zu setzen, auf Mentalität zu setzen. Aber wenn die Qualität und die Breite des Kaders komplett fehlt, dann sind wir trotzdem im Abschiedskampf. Und ich finde es dramatisch, dass wir in der Offensive so dünn aufgestätzt sind, dass wir auf Verletzungsfreiheit einzelner verletzungsanfälliger Spieler hoffen müssen. Wir haben einen Stürmer, der 32 Jahre alt, einen anderen, der ist 30 Jahre alt. Da wird es nicht mehr lange dauern. Und dann verletzt sich einer und dann stehen wir da. Und ich bin leider unzufrieden mit der Transferphase. Da wir halt eben uns mal wieder geschwächt haben, anstatt auf alte Spieler zu bauen, diese aufzubauen und einzusetzen. Ja, ich würde sagen, schreibt gerne eure Meinung zu der Transferphase in die Kommentare. Für mich gibt es Schatten und Sonne. Wie gesagt, ja, abonniert gerne den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC zu verpassen. Alle Spiele werde ich analysieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.